Und diese Woche bei Tipps für Tryhards haben wir etwas, was auch mit diesem Hold und Toggle zu tun hat, was wir am Anfang der Folge angesprochen haben. Und zwar könnt ihr mit dem Hold sehr gut um die Ecke sprayen und bursten. Und zwar mit der Bulldog und mit der Stinger, die halt diesen Dreifachschuss haben. Man kann damit sehr schnell peeken hinter der Wand, hervorgucken und ganz schnell wieder zurückgehen. Und sehr viele präzise Schüsse mit diesem Burst abgeben.